Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei die Selbermacher. Ich wollte euch nur mal kurz einen kleinen Ausschnitt zeigen vom Hühnerhof, aktuell jetzt mit dem Herz. Die Hühner genießen die Merzsonne hier im Hintergrund. Haben jetzt auch mittlerweile die Sandbadkiste angenommen, die ihr da im Hintergrund seht. Die ersten Hühner sind drin und versuchen sich, waschen sozusagen die Parasiten aus ihrem Federkleid raus. Da hinten sehen wir einen Huhn, das ist ein Grünleger, müsste das sein, genau. Genießt natürlich auch dort die Sonne. Kann auch sein, dass es dort ein Ei legt, dass es dort... Kloppt, brötet, ne, ne, steht jetzt auf. Ja, schaut ihn euch nochmal an, den Hühnerhof, so wird sich ein bisschen was verändern. Jetzt im Frühjahr, dieses Jahr, nichts Grundlegendes, weil der gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber eine Sache stört mich ungemein, dass die Hühner noch ein bisschen wenig Schutz hier haben vor Greifvögeln. Als auch, dass zu wenig Grün hier drin ist. Ist ja immer so ein Problem bei den Hühnern. Ansonsten passt das schon ganz gut. Ja, das war mal so ein kurzer Ausschnitt, so ein kurzer Clip. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren kostenlos nicht vergessen. Empfehlt uns weiter. Schreibt in die Kommentare, was für Anregungen oder Anmerkungen ihr habt. Wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, was ich euch mal filmen soll, wo ich euch mal ein Video von drehen soll, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten war es das Video. Daumen nach oben nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Sagen dieselbe Macher.